kommen und die bewegen sich kein stück also fühlt sich das an ich hab's noch nicht ausprobiert aber ich vermute dass es selbst so ist manchmal ist es wirklich ein witz so okay wir fahren ja ein bisschen an der kiste lang wir können ja ein bisschen die aussicht genießen sehr schön ich war jetzt nicht nur in perspektive dafür ist die landschaft jetzt gerade so schön also wenn ich mal durch stelle fahre dann fahre ich eigentlich nur in der innenperspektive als solche kleinen städtchen wie das war es dort vorne war oder wenn ich mal übers land fahre und das schon kenne dann fahre ich in der innenperspektive aber